Wahrscheinlich fragen Sie sich in diesem Moment gerade, was ist Responsive Design überhaupt? In der heutigen Welt zählt das Internet zu den wichtigsten Medien. Und auf das Internet wird hauptsächlich über Desktop-Computer zugegriffen, richtig? Aber Moment, was ist mit mobilen Geräten, Smartphones und Tablets? Der Zugriff auf das Internet mithilfe dieser Geräte wird täglich beliebter. 2011 hatte die mobile Datennutzung einen Marktanteil von 11%. 2013 stieg dieser Marktanteil auf fast 25% an. Und 2014 war das erste Jahr, in dem die mobile Internetnutzung die Nutzung mit dem Desktop-Computer sogar übertraf. Was bedeutet das alles für Sie? Es bedeutet, dass Sie eine ansprechende Webseite benötigen, die für die Nutzung mit mobilen Geräten optimiert wurde, wenn Sie keine potenziellen Kunden verlieren wollen. Denn das Problem vieler aktueller Webseiten besteht darin, dass die Benutzererfahrung mit mobilen Geräten, wie soll ich es sagen, einfach schrecklich ist. Und das ist die Mission, der sich das Responsive Design verschrieben hat. Responsive Webseiten passen sich automatisch an die Bildschirmgröße des Nutzers an. Anstatt verschiedene Webseiten für unterschiedliche Geräte anzulegen, arrangiert eine Responsive Webseite die Screen-Elemente neu, um sie an jeden Bildschirm anzupassen. Auf diese Weise haben Sie noch mehr glückliche Besucher und damit auch mehr glückliche Kunden. Wurde Ihr Interesse an Responsive Design geweckt? Wollen auch Sie eine Responsive Webseite für Ihre Firma anlegen? Wir greifen Ihnen dabei gerne unter die Arme. Kontaktieren Sie uns noch heute.